Deine lange Reise führte zu keinem Ziel. Wassermänner der ersten Dekade sollten sich diese Woche lieber nichts vornehmen. Ein Jupiter-Mond im siebten Haus versperrt offene Türen. Der Nebel hebt sich, der Kristall wird klar und ich sehe... Gähnete Lehren. Ich drehe nun die nächste Karte um. Es ist... Der schielende Betrunkene in der U-Bahn. Hohe Reinigungskosten kommen auf sie zu. Nach dreizehn Glückskeksen, acht Horoskopen, zwei Frauen mit Kugeln, fünf Fächern Kaffeesatz und zwanzig Anrufen. In nächtlichen Tagessendungen seh ich es mit mich ein. Dieser Tag wird nicht bei mir begonnen sein. Dieser Kerl wird nicht bei mir umspannen sein. Dieser Kampf wird nicht bei mir gewonnen sein. Na dann halt nicht, dann halt nicht, dann halt nicht. Dieser Tuch wird nicht bei mir besprungen sein. Dieser Weg wird nicht bei mir besprungen sein. Dieser Sieg wird nicht bei mir erhungen sein. Na dann halt nicht, dann halt nicht, dann halt nicht. Was soll ich mit dir ohne verderben? Dies müßigen Bewerber. Die Sonne nur rasch, meine Kerlen wieder ein. Dann können alle Säule, wo es Säule sein. Dieses Herz, wenn ich... Also, ich glaube, ich habe nicht bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020